Aktien 2.0. Der tägliche Ausblick auf Börse und Aktien. Hören und investieren mit Admirals und Analyst und Daytrader Jens Klatt aus Berlin. Hallo, es ist Montag, der 10. Oktober 2022 und auch heute werden wir uns natürlich einen Blick auf die Wall Street gönnen müssen nach diesem tiefroten Wochenschluss nach den US-Arbeitsmarktzahlen. Was war da los und vor allem, welche Aktien könnten in diesem Umfeld jetzt vielversprechend heiß werden? In wenigen Sekunden gibt es mehr. Risikohinweis. Keine daher getätigten Angaben und Informationen sind als Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten zu verstehen, sondern dienen lediglich allgemeiner Information. Es wird hierbei ausdrücklich keine Anlageberatung offeriert. Jeder Handel birgt Risiken. Den ausführlichen Risikohinweis finden Sie in den Shownotes. Nun zunächst die Frage, wo stehen wir übergeordnet? Ja, für die Wall Street Bullen wird es in den folgenden Tagen ans Eingemachte gehen. Nach dem US-Arbeitsmarktbericht Non-Farm-Payrolls am vergangenen Freitag und dem erneuten Ausverkauf mit Abschlägen im Spider, dem ETF auf den S&P 500 von fast 3% und den Qs, dem ETF auf den Nasdaq 100 von fast 4%, stehen trotz des superstarken Starts in das neue Quartal 2022 Q4, am vergangenen Montag und Dienstag plötzlich doch neue Jahrestiefs zur Debatte. Mich persönlich überrascht die Reaktion ehrlich gesprochen. Noch im Podcast vergangenen Freitag hatte ich an dieser Stelle gesagt, dass selbst eine Veröffentlichung um 280.000 bis 300.000 neu geschaffener Stellen ausgehend von den Schätzungen der Primärhändler wie erwartet interpretiert werden sollten. Dort lag der Konsens ja bei 250.000 neu geschaffener Stellen. Veröffentlicht wurden nun 263.000, also ziemlich genau im Bereich um diese Range und leicht besser als erwartet. Dann ja gut, eine Arbeitslosenquote von in Anführungsstrichen nur 3,5% statt zuvor 3,7%. Dass dieser zu erwarten solide Arbeitsmarktbericht dann allerdings zu einer wirklichen Manifestation des restriktiv-geldpolitischen Kurses und Erwartung der Marktteilnehmer hier in den Jahresschluss mit dann erwarteten 75 Basispunkten im November und 50 Basispunkten im Dezember Leitzinsanhebung führten, da muss ich doch ehrlich sagen, das scheint meiner Entschätzung nach übertrieben. Besonders, weil die jüngsten Einkaufsmanager-Indizes vergangene Woche Montag und Mittwoch ja zu einem abnehmenden Preisdruck und am Donnerstag dann auch jetzt anstehend einer eher rückläufigen Inflation und beziehungsweise einem entsprechenden Print führen sollten. Dennoch, die Gefahr eines erneuten Falls unter 3.600 Punkte auf Neujahrestiefs ist akut gegeben, der mit Abschlägen dann bis 3.500 Punkte eventuell sogar tiefer getragen werden könnte, sollte es am Donnerstag ganz besonders hier zu einer Überraschung kommen meiner Einschätzung nach und die Zahlen über 8,1% auf Jahressicht veröffentlicht werden. Falls nicht und es sollte den Bullen kurz vor Markierung signifikant Neujahrestiefs gelingen, das Ruder herumzureißen und dann auch Rückenwind zu bekommen durch die Inflationszahlen, die vielleicht sogar unter 8% veröffentlicht werden, wenn es also hier Wind aus der Makro-Richtung gibt, dann würde ein erneuter Push in Richtung 4.000 Punkten in den kommenden Wochen weiter eine Option bleiben. Wirft natürlich die Frage auf, welche Aktien sind in diesem Umfeld heiß beziehungsweise welche Aktien gilt es genauer zu beobachten. An erster Stelle steht hier bei mir Rivian, den US-amerikanischen Hersteller von Elektroautos, den wir bereits kennengelernt haben in diversen früheren Podcasts an dieser Stelle. Rivian war ja erst vergangene Woche tatsächlich Thema hier im Podcast und liegt bei mittelfristig agierenden Investoren immer noch auf der Watchlist, die hier auf eine Rückeroberung und Halten der 41-Dollar-Marke warten. Die Eroberung dieses Levels könnte sich nach der Meldung übers Wochenende nun allerdings etwas verzögern. Was ist passiert? Am Wochenende teilte Rivian mit, dass an sieben Fahrzeugen des Elektroautoherstellers ein kleinerer, struktureller Defekt entdeckt wurde und Rivian nun allerdings 13.000 Fahrzeuge aus reiner Vorsicht zurückrufe, obwohl das Problem nur bei sieben Fahrzeugen entdeckt wurde. Laut Angaben von Rivian sollen die Kosten für den Rückkauf nicht signifikant sein, aber dennoch dürfte das für Skepsis in Bezug auf Rivians Produkt hier Sorgen und entsprechende Sorgen nach sich ziehen. Es handelt sich nämlich um ein Befestigungselement bei der Lenkung, das möglicherweise nicht ausreichend angezogen wurde, so zumindestens der CEO RJ Skarrange. Nun, die Rückrufaktion kommt für Rivian etwas ungünstig. Hatte man ja erst kürzlich mit Produktionsproblemen und Engpässen bei Bauteilen zu kämpfen. Dennoch bleibt Rivian ausgehend von den jüngsten Ausführungen hier im Podcast, also vergangene Woche, und um die Kooperation mit Amazon beispielsweise oder auch Daimler, aber auch der immer wieder auflammenden Spekulation, dass es eine Übernahme früher oder später geben könnte auf unserer Watchlist. Sollten wir in diesem Zusammenhang es jetzt hier mit einem Halten der 30-Dollar-Marke zu tun bekommen, also dieses Niveau verteidigt werden seitens der Bullen, dann, wie gesagt, hier unter das vielleicht ein erstes Signal für eine bevorstehende Attacke auf die 41-Dollar-Marke sein. Nichtsdestotrotz ein bisschen konservativer bei solch einem jungen Unternehmen ist das eventuell nicht die schlechteste Herangehensweise. Wir warten also weiter auf den Bruch über 41, sofern er denn überhaupt stattfindet. Das war Rivian, Börsenkürzel, R-I-V-N. Dann wollen wir einen Blick werfen auf Snowflake, das cloudbasierte Software-as-a-Service-Unternehmen. Wir hatten auch Snowflake hier im Podcast nach seinem überraschend starken Earningsjahr Ende August zum Thema gemacht. Eine nachhaltige Rückeroberung der 200-Dollar-Marke wollte dann allerdings primär durch das übergeordnet sich erneut schwach und durch wachsend präsentierende Marktumfeld nicht zeigen. Aber die Aktie präsentiert sich erstaunlich stabil und wirklich relativ stark zum Markt, könnte bei einer übergeordneten Aufhellung einer der Profiteure dann sein, der außergewöhnlich performt auf der Oberseite und das trotz enormer Konkurrenz von Microsoft Azure, Google Cloud oder auch Amazons AWS. Und Snowflake spielte sich in den Mittelpunkt des Interesses, erregt aktuell Aufmerksamkeit. So machte Snowflake jüngst im Zusammenhang mit den Entwicklungen im Iran Schlagzeilen. Demnach ist es wohl möglich, mit wenigen Klicks Menschen im Iran zu helfen, die von Internetsperren in ihren Heimatländern betroffen sind und hier dann das Tor-Proxy von Snowflake nutzen. Trotz der Internetsperren im Iran ist es nämlich möglich, unzensierten und unabhängigen Zugang zum Internet zu erhalten, wobei der eigene Rechner als Proxy arbeitet und dann als eine Art Sprungbrett ins Tor-Netz fungiert. Vielleicht ganz kurz, das hört sich jetzt sehr technisch an für den einen oder anderen, aber hochspannend tatsächlich. Erstmal die Definition für das Wort Proxy. Was ist das? Ein Proxy ist eine Kommunikationsschnittstelle in einem Netzwerk aus Rechnern in Form eines physischen Computers und er arbeitet dann als Vermittler, der auf der einen Seite Anfragen entgegen nimmt und dann über seine eigene Adresse eine Verbindung zur anderen Seite herstellt. Demnach kann man die schlanke Snowflake-Erweiterung in seinem Browser installieren, also hier, sie selbst dann als Proxy nutzen oder aber als Sprungbrett für andere Teilnehmer, beispielsweise eben im Iran, denn die IP-Adressen der Freiwilligen bilden einen großen Pool an Zukunftsmöglichkeiten, der sich ständig verändert. Und genau solch eine Präsenz von Snowflake ist vermutlich sogar das beste Marketing, was man sich vorstellen kann, was man haben kann. Denn es führt die Nützlichkeit von Snowflake als IT-Dienstleister hier jemanden, der Snowflake nutzt, direkt vor Augen und das auf einfachste Art und Weise und macht somit Snowflake in einem der weiteren Schritte auch als Investment vielleicht potenziell interessant. Auch Snowflake, dort halten mittel- bis langfristig agierende Investoren noch ihre Füße still, haben aber dennoch eine Alarmlinie auf der 200-Dollar-Marke, nach deren Überschreiten Snowflake weiteres Aufwärtspotenzial dann zurück in Richtung 250, eventuell sogar 300 Dollar freisetzen könnte und das relativ zügig dynamisch tatsächlich vonstatten gehen könnte. Das war also Snowflake, Börsenkürzel, SNOW. Und final wollen wir auf einen fast schon Giganten in Deutschland schauen, im Aktienspektrum die Deutsche Telekom, den europäisch größten Telekommunikationsanbieter. Die Aktie jüngst mit einem Rucksetzer, wie es der eine oder andere sicherlich verfolgt hat, von etwas mehr als 10%, notierte ja noch Anfang September knapp im Bereich um 20 Euro die Aktie und stand vor einem potenziellen Ausbruch höher. Interessant dürfte für mittel- bis längerfristig orientierte Anleger in diesem Zusammenhang sein, dass sich das Kursziel der Analysten ja durchschnittlich auf über 25 Euro beläuft und das entspricht beim aktuellen Kursniveau von rund 17 Euro, 17,50 Euro, vielleicht 18 Euro. Das entspricht Aufwertungspotenzial hier aus den aktuellen Gefilden um mehr als 40%. Was der Grund für die aktuelle Underperformance ist, neben dem durchwachsenden übergeordneten Marktumfeld sicherlich auch vielleicht der Umstand, dass der Aktienrückkauf der US-Tochter nicht zum Anteilsabbau genutzt werden soll, hätte die Telekom hier doch vom erzielten Erlös ihrerseits eigene Aktien zurückkaufen können. Schauen wir mal, was wir hier mit den Quartalszahlen. Anfang November, ich glaube es ist der 9. oder 10. November 2022, wo diese vorgelegt werden, was wir dort präsentiert bekommen. Laut Analystenschätzung dürfte sich der Gewinn auf 1,53 Euro je Telekom-Aktie bedaufen. Eine erste kleine Portfolio-Beimischung könnten wir vielleicht bei einer nachhaltigen Rücklauberung der 18-Euro-Marke hier schon als interessant erachten. Dann einen Bruch über 20 Euro würden wir nutzen, um die Position potenziell weiter aufzustocken und dann bei einem freundlichen übergeordneten Marktumfeld könnten wir in den kommenden 6 bis 12 Monaten Aufwärtspotenzial freigelegt sehen, bis in die Mid-20er, also genau den Bereich der Analysten im Bereich so um 25 Euro. Das war die Deutsche Telekom, Börsenkürzel, DTE. Und das war der Admirals-Börsen-Aktien-Podcast hier 2.0 heute am Montag, den 10. Oktober 2022. Denken Sie daran, die Republik kann traden und sie kann traden und investieren. 2.0 mit Admirals. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen dann wieder am Dienstag reinhören. Und bis dahin verbleibe ich mit einem Happy Trading. Passen Sie auf Ihre Stops auf, haben Sie sich wohl, machen Sie es gut. Bis dann und tschüss. Das war Aktien 2.0 mit Jens Knatt. Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Neu an jedem Börsentag am frühen Nachmittag.